Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Video Nullstellen, Extremstellen und Wendestellen. Herr Teilen, meine Frage an Sie. Ich habe eine Funktion und will die Nullstellen berechnen. Was mache ich? Ich nehme die Funktion und setze sie gleich 0. Oh, sehr gut. Können Sie das auch bei Extremstellen? Wie finde ich die? Ich nehme die Funktion, berechne die erste Ableitung und setze die gleich 0. Richtig. Und wie kriege ich die Wendestellen aus? Ich nehme die Funktion, berechne die erste Ableitung, berechne die zweite Ableitung und setze die gleich 0. Richtig. Das heißt, bei allen der drei Fällen muss man Nullgleichungen lösen. Ein paar Beispiele für Nullgleichungen seht ihr hier. Das sind alles Nullgleichungen, die wir schon gelöst haben in den vergangenen Videos. Und wir überlegen uns nochmal, wie ging es. Beispiel 1. Was haben wir gemacht? Beispiel 1 haben wir einfach die Mitternachtsformel angewandt. Das kennt ihr noch aus Klasse 10. Beispiel 2. Da haben wir mit e hoch x substituiert, also e hoch x gleich z. Dann hatten wir sowas mit z² plus z minus 2 da stehen und mussten die Mitternachtsformel anwenden. Beispiel 3. Beispiel 3 haben wir einfach e hoch x ausgeklammert. Dann bekommt man zwei Faktoren und überlegt, wann sind die beiden Faktoren Null oder können die beiden Faktoren überhaupt Null werden? Denn in einem Produkt, da nutzt man ein Faktor Null ist. Beispiel 4. Hier hat man mit e hoch x multipliziert, um das e hoch minus x wegzukriegen. Und dann muss man nochmal eine Substitution machen. Und zwar auch wieder wie oben, e hoch x gleich z. Und dann muss man eine Mitternachtsformel lösen. Ganz schön komplizierter Fall. Was auch nochmal klar ist, wo eine Substitution passiert, muss es später auch eine Rücksubstitution geben. Haben wir jetzt hier nicht nochmal extra mit aufgeführt, aber da müssen wir dran denken. So, das sind alles Sachen, die wir schon gemacht haben. Wer nicht mehr ganz weiß, wie das alles so funktioniert, das brauchen wir jetzt in der kommenden Stunde. Der sollte sich in folgendem Video nochmal umschauen. Da haben wir die ausführlich erklärt. Wir werden die Verfahren definitiv in der kommenden Stunde brauchen. So, das war aber alles Altbekanntes. Jetzt zu dem Neuen, nämlich wie machen wir das, wenn wir eine unserer neuen gebrochenrationalen Funktionen haben. Bei gebrochenrationalen Funktionen kommt genau ein Fall dazu und den schreiben wir jetzt auch nochmal auf. So, wir haben hier als Beispiel 5 von einer gebrochenrationalen Funktion Null gesetzt. Und hier ist es im Endeffekt ganz einfach. Diese ganze gebrochenrationalen Funktion ist dann Null, wenn der Zähler Null ist. Oder wenn der Zähler oben Null ist. Null geteilt durch egal was ist Null. Die Gleichung ist gelöst. Das heißt, wir können uns als Lösungsstrategie festhalten, dass wir den Zähler Null setzen müssen und dann eines der anderen vier Verfahren wieder anbinden müssen. In dem Fall hier wäre es die Miedernachtsformel gerade, wenn man es mit hier oben vergleicht. Aber es könnte ja auch sein, dass der Zähler hier aussieht wie einer der anderen dreien. Aber warum denn nur, wenn der Zähler Null ist? Wir können gelernt haben in Klasse 6, dass man nie durch Null teilen darf. Genau. Immer wieder gern gemachter Fehler, Finger weg vom Nenner. Wir merken uns einfach, ein Quotient ist dann gleich Null, wenn der Zähler Null und der Nenner ungleich Null ist. So, jetzt schauen wir uns noch ein paar Aufgaben an, die sowohl die alten Verfahren wiederholen als auch auf das Neue eingehen werden. So, aufgewandt, berechnen die Nullstellen der folgenden Funktionen. Hier ist sie. Gut. Zum einen braucht ihr auf jeden Fall unser neues Verfahren 5, es verschließt sich ein Quotient. Und ich verrate schon mal so viel, danach brauchen wir noch eins der Verfahren 1 bis 4. Welches müsst ihr selber herausfinden. Die Lösung gibt es wie immer in 3, 2, 1. So, den Bruch haben wir Null gesetzt. Das heißt, wir können einfach den Zähler Null setzen. Hier können wir e hoch x ausklammern. Dann haben wir einmal e hoch x gleich Null, dieser eine Faktor. Da kriegen wir keine Lösung raus. Dann setzen wir den anderen Faktor Null, also 1 minus 2 e hoch x gleich Null, lösen es auf und kriegen raus, x ist ln ein Halb als einzige Lösung. So, Aufgabe 2. Bestimme die Extremstellen der Funktion f von x gleich e hoch x plus x durch e hoch x. Ja, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Warum nicht knifflig? Das muss man einfach die Funktionen nutzen. Ja, Moment. Wir suchen jetzt nicht Nullstellen der Funktion, wir suchen Extremstellen. Was müssen wir also erst machen? Ach, dass ich daran nicht gedacht habe. Man muss die Ableitung bilden und die dann Null setzen. Okay, macht ihr erstmal das, bildet die Ableitung, dann sehen wir uns gleich nochmal und dann geht es weiter. Und zwar in 3, 2, 1. Okay, kommen wir zur ersten Ableitung. Zunächst mal muss man die Funktion hier umschreiben, denn da steht was im Nenner und das Ganze ist zum Ableiten schwierig. Damit wir die sogenannte Produktregel anwenden können, nehmen wir unseren Nenner und schreiben ihn nach oben. Dadurch wird aus dem e hoch x ein e hoch minus x. Gut, dann die Produktregel. Wie ging die nochmal? Na ja, wir haben u und v gewunden mit einem Malpunkt, also zwei zusammengesetzte. Das hier wäre u, das hier wäre v. Zuerst leiten wir u ab. Das wäre e hoch x plus 1. Machen das mal v. Mal e hoch minus x, so wie es hier steht. Plus u einfach hingeschrieben, von hier oben, mal die Ableitung von v. Gut, e hoch minus x, wir hauen erstmal den Faktor nach vorne. Minus x, also kommt ein minus 1, das wäre die innere Ableitung, kommt minus 1 nach vorne. Und e hoch minus x bleibt beim Ableiten an sich ja gleich, so wie alle e-Funktionen. Richtig, und jetzt haben wir da noch eine Menge Vereinfachungen gemacht. Ja, jetzt schauen wir mal einen Schritt nach unten. Habe ich erstmal beachtet, dass hier ein minus 1 hier hinten drin steht. Das ist schlecht. Das habe ich mal als Faktor nach hier vorne geholt. Das macht dann aus dem Plus ein Minus. Ah ja. Dann schauen wir uns die Zeile mal an. Wenn man sowas vereinfachen will, kann man erstmal schauen, gibt es einen Faktor, der auf beiden Seiten dieser Differenz vorkommt. Und den gibt es nämlich e hoch minus x. Den haben Sie ausgeklammert. Und hier, den habe ich ausgeklammert. Was bleibt übrig? Hier vorne e hoch x plus 1 hinten. Minus, Klammer auf, e hoch x plus x. Das heißt, das Minus kann ich mit beiden verrechnen. Dann habe ich minus e hoch x und minus x. Haben wir das Ganze hier. Die e hoch x fliegen gerade raus, die ziehen sich voneinander ab. Dann steht da nichts mehr. Und so bleibt übrig 1 minus x. Das ist also die erste Ableitung. Und das können wir jetzt 0 setzen, oder? Genau. Das können wir 0 setzen und versuchen, das x rauszufinden. Und das macht ihr jetzt. Und wir schauen es uns zusammen an. In 3, 2, 1. Also f' von x soll 0 sein. Wir setzen dafür diesen Term hier gleich 0. Das sind zwei Faktoren, nämlich e hoch minus x mal 1 minus x. e hoch minus x gleich 0 hat keine Lösung. Wissen wir, das geht mit der e-Funktion nicht. Und 1 minus x, das ist relativ einleuchtend, hat die Lösung x gleich 1. So, dann können wir noch sagen, bei x gleich 1 gibt es eine Extremstelle. Ja, da muss ich leider Schlauberger spielen. Nee, das könnte sein. Es könnte sein, dass hier ein Hochpunkt ist. Es könnte hier sein, dass ein Tiefpunkt ist. Dann würde es passen bei einer Extremstelle. Es könnte hier aber auch sein, dass hier ein Sattelpunkt ist. Denn bei dem ist auch die erste Ableitung 0, aber der ist ja keine Extremstelle. Stimmt. Das heißt, wir müssen an der Stelle noch die zweite Ableitung berechnen, diese Stelle einsetzen und nachschauen, ob es Hoch- oder Tiefpunkt- Kriterium erfüllt ist. Das könnt ihr jetzt schon schnell machen und dann schauen wir, ob es wirklich eine Extremstelle ist. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir haben hier die zweite Ableitung. Wieder mit Produktregel. Gehe ich jetzt nicht mehr so im Detail darauf ein. Die vereinfacht man wieder. Man klammert diesmal minus e hoch minus x aus. Da ist ein bisschen drauf zu achten. Es bleibt klar, vorne übrig 1 minus x. Das steht hier. Und hinten, wenn man minus e hoch minus x ausklammert, nicht denken, da ist dann gar nichts mehr, sondern irgendwas muss da ja sein, dass wenn man das Ganze wieder mit der Klammer multiplizieren würde, wieder minus e hoch minus x steht. Das wäre einfach 1. Deswegen steht hier noch mit plus 1. Das Ganze vereinfacht sich dann hierzu. Wir setzen unsere mögliche Extremstelle x gleich 1, 1 und f 2' von 1. Dann kommt insgesamt raus minus 1 durch e. Das ist kleiner 0. Und damit passt, Kriterium erfüllt. Wir haben einen Hochpunkt bei x gleich 1. So, unsere letzte Aufgabe ist wieder wie die erste. Bestimme die Nullstelle der folgenden Funktion. Das ist die Funktion. Und hier ist es ganz einfach. Hier müsst ihr die Funktion einfach 0 setzen. Dateien hat vielleicht noch einen Tipp für euch. Das könnte auch eins der Verfahren von hinten sein. Ich würde mal sagen, es fängt an mit Substie und hört vielleicht mit Tuieren auf. Ich würde mal nachgucken. Ja, Dateien. Super Tipp. Guckt mal, wie ihr es hinkriegt. Nur für euch gibt es in 3, 2, 1. So, ich habe mal angefangen. Die Funktion habe ich 0 gesetzt. Hier habe ich sie einfach nochmal hingeschrieben, die Übersichtlichkeit halber. Das fehlt ja manchmal bei Ersten. Hier habe ich eine Substitution gemacht. Z ist e hoch x. Dann habe ich hier nämlich z Quadrat. E hoch 2x ist dann ja, okay. Z Quadrat. Ja, haben sie es. Ja, ja. E hoch x hier ist auch z, also minus 4z. Hier bei der 3 ändert lässt sich nichts. Plus 3 ist 0. Dann habe ich die Mitternachtsformel angewandt. Ja, das könnt ihr alles. Leute, jetzt nicht weiter. Ein betrunkener Bär läuft rückwärts. Und so rein und so fort. Ihr solltet es wissen. Ich schlaupe mit den Wurzeln und so. Auf jeden Fall habe ich dann 4 plus minus 2 durch 2 raus. Das heißt, eine Lösung. Z1 ist 3. Und die andere Lösung, also die andere Nullstelle einfach, ist Z2. Gleich 1. Moment. Wie Moment? Sie haben gerade gesagt, das wären die beiden Nullstellen. Richtig, hier und hier. Ja, ja. Wir haben aber substituiert. Das heißt, wenn wir substituieren, müssen wir, um die tatsächlichen Nullstellen rauszubekommen, erstmal wieder rücksubstituieren. Ach, da ich daran nicht gedacht habe. Da haben auch einige von euch bestimmt nicht dran gedacht. Ich würde mal sagen, Herr Fenrich macht das jetzt noch. Ihr macht es noch. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, jetzt habe ich dran gedacht, habe die Resubstitution gemacht. Hier habe ich geschrieben, jetzt e hoch x gleich 3. Hier habe ich geschrieben, e hoch x gleich 1. Ihr seht auch hier, wenn ihr das so untereinander schreibt, also wenn ihr vorher diese Z-Werte nebeneinander schreibt, dann könnt ihr wunderbar untereinander weiterrechnen. Hier haben wir e hoch x gleich 3, also x ist ln 3. Hier haben wir e hoch x gleich 1, also x ist ln 1. ln 1 ist 0. Also einfach x ist 0. Und hier schreiben wir noch hin, das hier ist x1 und das hier ist x2. Die Nullstellen der Funktion. Hey, wir sind es nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war es jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.